Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes, mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Heute werfen wir nochmal einen Blick auf Opinal 5 Awakening of the New Era, denn ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kann meine Augen nicht von diesem Produkt lassen. Ja, ich ertappe mich immer wieder, dass ich nicht gefühlt jeden, aber gefühlt jeden zweiten Tag auf dieses Produkt schaue, auf den Preis schaue und insbesondere auf die Verfügbarkeit schaue. Denn ich habe das Gefühl, obwohl wir Stock im Juli bekommen haben und auch noch weiteren Stock im Juli bekommen, dass wir tatsächlich nicht mal allzu viel von diesen Produkten hier bei uns in Deutschland auf dem Markt haben. Und ich finde es insbesondere sehr, sehr spannend, weil auch sehr wenig Menschen aktuell über dieses Produkt berichten. Und immer dann, wenn viele etwas nicht auf dem Schirm haben, versuche ich es für mich auf dem Schirm zu haben, um einfach auch langfristig finanziell davon zu profitieren. Und genau das versuche ich gerade so ein bisschen bei Opinal 5 zu analysieren. Bevor wir gleich dazu kommen, mal zu schauen, was ich denn aktuell bei Opinal 5 mache, bei Awakening of the Era, kommen wir erstmal zu euch. Denn ich habe euch in den vergangenen Tagen eine Frage bei Instagram gestellt, die sich rund um Opinal 5 gedreht hat und zwar den aktuellen Preispunkt von 150 Euro. Ich habe euch die Frage gestellt, ob Opinal 5 denn für 150 Euro aktuell ein guter Pick ist oder ob ihr denn glaubt, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch günstigere Preise als 150 Euro sehen werden. Und es war ein ganz klares, unklares Ergebnis, denn 49% von euch, die auf Instagram daran teilgenommen haben und es waren glaube ich über 400 Menschen, ja glauben, dass das aktuell ein Top Pick ist zu dem aktuellen Preis und 51% der Menschen da draußen sagen, ja, dass es noch günstiger wird und dass es sich zum aktuellen Preispunkt von 150 Euro nicht lohnt bzw. es sich eher lohnt, nochmal zu warten, bis weiterer Stock auf den Markt kommt und Preise bei Opinal 5 noch weiter fallen. Diese kleine und einfache Frage war jedoch sehr wichtig für mich, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denn ihr da draußen zu Opinal 5 steht. Denn auch ich mache mir meine Gedanken und diese Gedanken will ich euch heute nochmal in dem Video ein Stückchen weit näher bringen und euch insbesondere gleich mal zeigen, wie ich dem persönlich aktuell vorgehe bei diesem so besonderen Produkt. Dass das Produkt besonders ist, haben wir schon mehrmals hier auf diesem Channel besprochen. Nichtsdestotrotz habe ich euch die Tage auch mal auf Instagram gezeigt, warum ich immer wieder die Augen reiben muss, wenn ich auf Opinal 5 schaue. Denn dieses Set, dieses Display kostet aktuell ca. 150 Euro. Alle, die jetzt schon ein paar Monate bei One Piece dabei sind, wissen, dass das Display preislich schon ganz woanders lag. Ja, auch schon bei Sphären um die 250 Euro und sogar noch ein paar Euro on top obendrauf. Und das Geile an diesem aktuellen Displaypreis ist, dass wir trotzdem weiterhin sehr hohe Kartenpreise haben, die man halt aus diesem Display erzielen kann. Ja, wenn man ganz, ganz viel Glück hat und dieses Display öffnet und eine dieser Chase-Karten zieht, dann hat man ein Vielfaches von dem raus, was man für das Display bezahlt. Klar, meine Empfehlung, niemals öffnen, weil es wirklich Glücksspiel ist und ja, extrem viel dazugehört, um tatsächlich eine von diesen so seltenen Karten zu ziehen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt das Seed-Product ein sehr interessantes, denn die Chance auf die Karten besteht. Und immer dann, wenn wir extrem viele teure Karten in einem Set mit dabei haben, immer dann ist auch die Nachfrage zukünftig aller Voraussicht nach auch sehr, sehr hoch. Und wir haben es bei diesem Produkt gesehen. Was passieren kann, wenn die Verfügbarkeit knapp wird, wenn dieses Display nicht mehr überall für diesen Preis zu bekommen ist, dann kann es sehr, sehr schnell raufgehen und irgendwie habe ich im Gefühl, dass das auch noch in 2024 passieren kann, ohne es tatsächlich zu wissen, warum. Warum? Ja, zum einen, ihr seht es hier, ja, die wunderschönen Karten, die auch ihre Kartenpreise haben, von 650 Euro bis 2800 Euro, aber auch die aktuelle Situation, wenn wir mal auf Cardmarket blicken. Wenn wir uns OP05 auf Cardmarket anschauen, dann sehen wir, dass wir im Ausland wirklich noch ein paar höhere Stückzahlen haben, was die Verfügbarkeit angeht, insbesondere hier in Italien 10 Stück, 22 Stück. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, dass hier auch immer noch, ja, hohe Versandkosten dazukommen und man definitiv am Ende nicht bei diesen 133, 135 Euro ausläuft, sondern dann eher schon Richtung 150 Euro sich einpendelt. Werfen wir einen Blick auf den deutschen Markt, sehen wir, dass wir hier aktuelle Preise von um die 150 Euro haben, also die, die ich euch auch schon bei Instagram gezeigt habe, was aber auch auffällig ist, dass wir nicht mehr allzu viele Stückzahlen bei diesem Preispunkt haben. Ja, es geht sehr schnell rauf auf 165 Euro und um ehrlich zu sein, auch sehr schnell rauf auf 180 Euro. Und auch hier haben wir nicht allzu viele Stückzahlen, sodass wir auch sehr schnell auch schon den Blick auf 200 Euro werfen werden. Ob das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten passiert, das steht auf einem ganz, ganz anderen Blatt, denn es kommen ja nochmal Produkte im Juli, so zumindest die Infos, die ich habe, aber irgendwie scheinen diese Produkte ja auch nicht bei uns so richtig anzukommen. Das kann ja auch unter anderem daran liegen, dass Produkte, die jetzt auf den Markt kommen, ja auch dafür verwendet werden, um überhaupt erstmal die Vorbesteller der ersten Welle zu bedienen. Ich kenne ganz, ganz viele, die immer noch auf ihre Produkte aus der ersten OP05 Welle warten. Und ich glaube, dass das dann auch Step für Step die Menschen sind, die jetzt mit Produkten auch regelmäßig wieder beliefert werden. Ich selbst habe ja die Tage auch nochmal drei Displays von Fantasy Welt bekommen, die ich ja schon Monate im Voraus bestellt und bezahlt habe, die ja jetzt nochmal durch weiteren Stock dann halt auch nochmal an mich verschifft wurden. Die Frage, die man sich stellen muss, ist genau die, die ich euch bei Instagram gestellt habe. Ist der aktuelle Einkaufspreis ein guter oder sollte man warten, weil Preise noch weiter fallen? Keiner hat eine Glaskugel in der Hand, weder ihr noch ich, aber jeder kann für sich einen Preispunkt finden, mit dem er langfristig gesehen zufrieden ist. Und ich versuche die aktuellen Einkaufspreise dafür zu nutzen, um meinen OP05 Bestand hier weiter auszubauen. Ich hatte ja einen gewissen Stock, habe fast alles ja auch dann bei den Reprint Gerüchten, die dann halt aufkamen, dann halt auch zu sehr guten Margen verkauft und habe jetzt die Möglichkeit halt wieder mit dem Geld zu arbeiten und das für neue OP05 Produkte letztendlich einzusetzen. Schaut mal hier, das ist mein aktueller Bestand von OP05. Insgesamt habe ich sieben Sealed Cases und ein offenes Case, wo sich auch noch zwölf Displays befinden. Darüber hinaus auch noch ein paar lose Displays, die hier dazugehören. Insgesamt habe ich jetzt pro Display im Sealed Case 138 Euro bezahlt, also ein richtig guter Preis meiner Meinung nach hochgerechnet auf ein Sealed Case, was ja normalerweise auch noch so ein bisschen Premiumaufschlag hat, weil man da ja auch sicher gehen kann, dass das Case noch nie geöffnet war. Und für die losen Displays, ja in diesem geöffneten Sealed Case, was ich euch gezeigt habe, habe ich pro Display ca. 115 Euro bezahlt. Also sehr, sehr gute Preise, die mich sehr zuversichtlich stimmen, ja, einen guten Preispunkt gefunden zu haben, um dann halt einfach zukünftig finanziell davon zu profitieren. Ich konnte schon einmal sehr, sehr gute Margen mit OP05 erzielen und ich glaube fest daran, dass man das auch noch ein weiteres Mal kann. Klar habe ich keine Glaskugel, klar kann noch einiges mit diesem One Piece Markt passieren. Mir ist immer noch wichtig zu sagen, One Piece ist nicht gleich Pokémon. Wir haben hier ein viel, viel größeres Risiko, insbesondere weil das Franchise nicht so jung ist, aber weil das TCG noch so jung ist und gerade mal, wie gesagt, sieben, acht Sets auf den Markt gekommen sind. Und die Frage ist ja auch, ob sich das TCG langfristig halten kann. Ich persönlich bin da sehr zuversichtlich und sehr optimistisch, weil ich auch sehe, wie viele Menschen dieses TCG spielen. Und die Spielerbase ist und bleibt auch einfach immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, ob sich TCGs halt auch am Markt etablieren. Darüber hinaus haben wir sehr viele Sammler, sehr viele Menschen, die sich Produkte kaufen und sie beiseite legen, um finanziell davon zu profitieren. Also alles in allem eine sehr gute Mischung. Und ich habe euch auch die Frage gestellt, welches Set für euch die Nummer 1 ist. Und viele von euch haben auch hier mit OP05 geantwortet. Und ihr wisst es, wenn ihr meinen Channel verfolgt, auch für mich ist OP05 das stärkste Set aus der ersten OP-Reihe von One Piece. Und deswegen versuche ich auch hier offensiv unterwegs zu sein, mir dem Risiko bewusst zu sein, was ich hier eingehe, aber trotzdem versuchen, die Chancen zu nutzen, die sich hier meiner Meinung nach einfach bieten. Ich sage keinem, dass er dieses Produkt kaufen soll. Mir ist einfach nur wichtig, euch zu zeigen, was ich mache, um einfach dann in 2, 3, 4, 5 Jahren zurückblicken zu können und mal zu schauen, ob es denn jetzt die richtige Entscheidung war, wirklich so intensiv in diese Produkte reinzugehen oder ob ich am Ende falsch lag. Persönlich gesehen habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was glaubt ihr? Ist OP05 aktuell ein guter Pick? Ihr habt es mir ja schon auf Instagram beantwortet, aber nicht jeder von euch ist auf Instagram aktiv. Oder wartet ihr noch? Und wenn ihr wartet, was ist denn eigentlich so ein Preispunkt, den ihr persönlich für euch bei diesem Produkt erzielen wollt? Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Liken, abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Danke für euren Support, jedes Mal unter jedem Video. Und ich sage wie immer, bis bald. Ciao, ciao.